So, hallo und willkommen zurück bei dem größten Felder-Spiel der Welt, Lukas hat ne Idee. Sagt er? Ja, ich hab ne Idee. Boah, warte, Digga! Boah, mein Fenster ist offen, ne? Es riecht grad so geil nach Essen. Hammer hoch. Es riecht grad so geil nach Essen. So, guck mal, wer ist jetzt oben und wer ist jetzt unten? Ah, lol! Ah! Ah! Ja, ballern ab. Nö, okay. Boah, Junge, es riecht grad so hart nach Essen. Warte, bleib drauf stehen. Ah, Junge, ist das einfach. Oh, wir sind so dumm, ne? Ey, wir sind so unglaublich hohl. Ja, okay, komm hoch. Ja, gerne. Oh! Dieser Geruch von Essen macht mich fertig. Warte, ich muss kurz mein Fenster zumachen, schlimmer. Junge, riecht das geil, Alter. Ich glaub, meine Oma kocht irgendwas. Warte. Was machst du auf mir drauf? Chillig! So, wir sind die Beste. Ey, hier sind Radioaktivzeichen. Oh, böse Mann! Warte mal, die sieht gut aus. Was ist das? Weiß ich nicht. Thank you. Thank you. Wie spricht denn die? Fff-fefe. Fff-fefe. Fff-fefe-f-fe. Oh. Fff-fefe. Wie geil, der weiß ich in der Füße... Fff-f-f-f-f. Fff-f-f. 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 Deswegen meinte ich ja, da kommt hier noch was. Ich glaube, das hat nur die Typen untergebracht. Achso. Okay. Warte mal, wie bin ich da auch gekommen? Soll. Na egal, okay. Häh, warum ihr Leck schubelt? Leck's bei dir auch? Okay, wie kommen wir jetzt? Ich will da hoch. Hallo? Hallo? Ich will da HALLO! Marc, ich komme. Hä? Das geht auch so? Ja, ich hab's ja auch eben geschafft. Oh lol, das geht ja wirklich. Haha, da geht's. Da geht's nicht. Hm? Mich sind nicht verstehen. Joa. Also warte mal. Geh nochmal zurück. Mal zurück. Na, bei mir leckt's übelst. Du musst runter. Ja, ich hab gesagt, ich komm nicht runter. Ja, bei mir leckt das übelst hier. Das ist doch... So, okay, pass auf. Ähm. Walla Walla. Das wird springen. Ja. Denk ich mal auch. Okay. Wir sind richtig gut. Wir haben das erste Level nicht geschafft und kommen schon nicht weiter. Ja. Wir sind echt gut. Ja, das erste Level haben wir doch dann geschafft. Hat ein bisschen gedauert. Ne, das ist... Nein, das ist immer noch das erste Level. Ach so. Mhm. Ach. Ach! Ah! Ich... Ja, geh hoch. Ach so, ich muss hochgehen. Äh, ach so, da geht's nicht weiter. Da hoch. Okay, warte mal. Ja, bleib mal drauf. Guck mal in die Richtung, genau. Ne, bleib mal... Ja, oder so. Und jetzt? Laufen. Uh. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay, pass auf. Nein, bei mir leckt es nicht. Ich weiß nicht, was du machst. Komm mal mit dir lang. Da! Medizin. Du machst du Medizin? Du eher als ich. Nimm einfach. Okay, die Ballern wird kaputt. Und Action! Ja, okay. Piu, 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 piu. Errungenschaft freigeschaltet. Mit Laservorlage. Geil. Erstmal weiter nach rechts. Muni! Ich guck immer auf dich. Das ist schrecklich. Hey, jetzt sind wir hier. Hey, jetzt sind wir hier. Achso, ich hab... Achso. Ah! Okay. Hab ich verstanden. Oh. Mich so auch. ねぇ. Komm, komm, baa 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 Vörza, Vörza runter! Ah ja, Mann. Was jetzt? Ah, jetzt sind wir unten. Oh, wir sind größer. Ja, ich dachte das auch grad schon so lustig. Chapter two, er脱 wir in Chapter two! Ey, das ist der Hauptcharakter von meinem Singleplayer. Ja? Jo. Wie lange hast du Singleplayer gespielt? Kann man den dran ziehen? Was, nö? Den spielt man ja. 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 Ja, aber wie lange du den Single-Flaggy spielt das mal nicht? Ach so. Bis da, wo wir eben verkackt haben das erste Mal. Also ich weiß. Geh runter von dir, du Wichser. Aber Muni. Ey, Digga. Was ist mit dem? Lass ihn doch schießen. Ja, nee. Ja, der kann doch nix. Ich brauch auch Muni. Ja, ich hatte weniger als du. Nee, du kannst dich von dem Typen aufheben. Mach ich auch. Wie macht man denn diese coole Rolle? Vielleicht. Die? Ja. Warte mal. Warte mal. Sieht man genauer, wenn man... Nee. Sieht man nicht. Sieht nur cooler aus. Okay. Warum hast du eigentlich ne AK und ich ne, äh... Nee, du hast ne... Doch, du hast ne AK und ich hab ne... Uzi, ne? Nee, weil ich Esteban bin. Guck mal. Smoke, shoot, share. Ja. Join the... Join the auxiliaries. Your country needs you. Gun and free cigarettes for every conscript. Yes. We are... Call our hotline. 1-8-0-0. I... What? Egal. Nee, da steht, ähm... Was steht da? I wanna kill... Things. I wanna kill things. Okay. Ah! Natürlich schießt immer in die falsche Richtung. Aber wie verschwenderisch bist du eigentlich mit deiner Muni. Aufs Maul. Komm, ich krieg einen Zugriss ein. Okay. Kaputt. Komm, hier hinten sind noch welche... Da hinten war noch einer. Lass ihn mal töten. Komm los. Ich will den töten. Mach ihn kaputt. Kann nix. Wo ist er? Der kann nix. Weiter. Der kann nix. Da, äh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Wo ist er denn? Unten, unten. Bam, 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 bam. Aber, aah, da ist er tot. Und hoch. Go. Ich glaub, ist das geil, dass man aufeinander laufen kann, man. Ich find das so witzig, ne? Oh, oh. Wir hätten ihn vielleicht... ...zu lange draufstehen lassen sollen. Ah, jetzt können wir durchlaufen. Aua. Oh. Aua. Oh. Aber man kriegt, glaub ich, kein Damage. Warte mal. Hä? Ich hab gar nicht keine Muni mehr. Hallo? Achso, geh mal runter. Ne, warte mal. Nein, man kriegt kein Damage. Nein. Wie kommt man da hoch? Ja, und du musst auf mich drauf. Oder ich auf dich. Ah. So, jetzt bist du auf mich. Warte. Und go. Und, 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 und. Komm, und go. Scheint nicht zugegen. Ja, dann laufen wir hier weiter. Komm mit. Und hoch. Komm mit. Und hoch. Guck dir in eine andere Richtung. Ja, komm mit und hoch. Ja, ich komm mit und hoch. Ja, du kommst hoch. Und ich komm mit. Ja. Oh, ich bin... Ich guck immer auf deinen, Mann. Warum? Nur ich... Es gibt nur einen wahren Esteban. Und das bin ich. Äh, das ist eine Mauer. Ne, doch nicht. Du bist auch so eine Mauer. Jo. Ich bin eine krasse Mauer. Hä? Ich guck schon wieder auf dich. Das versteckt dich. Bleib mal stehen. Lauf durch. Stell dich hin. Bleib stehen. Äh. Ja, genau. Mach sie kaputt! Hinter dir! Gib die Rückendeckung! Oùung! Da 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 da! Da 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 da! Wir sollten Spaß haben mit unserer Monitor... Ah, da haben wir Krieg noch genau. Da oben. Und go! Piu! Ich hebe auf. Na kommt einer! Gibt noch einer! Piu! Go! Piu! 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 Tu mir das doch noch oma! Muss ich mir diese Dinger mal befreien, ne? Ne, das ist immer dieselbe, oder nicht? Naja, die läuft ja auch mal weg. Die ist voll komisch. Und du sagst I think they're terror. AAH! Da ist noch einer! Hä? Kein Sinn, ich warst grad nicht auf den. Wieso hast du denn jetzt das Lebensweck? Ja, warum nicht? Weil ich wieder voll aus dem Maul gehe. AAH! Boah! Ich hab mich erschrocken. Lauf weiter! Boah, man sieht cool aus. Ja, lauf einfach! Ich wollte mich ran gucken. SO! Wir sind in Rot-Shirt vorbei schon. Das geht aber schnell. Okay. Wie viele gibt's? 500? 10, glaub ich. Okay, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Jawohl, Chapter 3 kommt nächstes Mal. Haut rein. Leckst du die Sohn gerade. Ich liebe euch, Min- niż vorbei! Das jobs quartz wird! Ach, alter mich! Hcusura! Unils in euch! Du wisst! Outro